Das war nicht Woha 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 No Oh Felix, was ist das? Ja, das würde dich nett Hä Leute, ist hier ein Haus Pst, 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 pst Ich hab ne Bulb Es hat pst gemacht Leute, soll ich den Sound anmachen vom Spiel? Ja, nein Digga, die sich so scheiße aus Warum wurden diese, diese Items überlaufen Leute, ich bin hier Nein, nein, nein Was soll das? Hallo Oh Ah Was Was war das? Leute, es scheiße Pst, pst, pst Ich bin jemand aber ich belässt dich Ich habe grad dieses scheiß Ding Oh mon gosh Klos denk Uit Leute, wo? Äh, du bist der ich habe gesehen wie er ein gespawnt ist ich habe es gesehen wie mit t-post von der decke gefallen ist ich habe die schere gefunden hier in dem gab es öffnen ich kann irgendwas machen ich mache hier eine box auf die oben ein gott ist was krank ist jetzt schon ich habe dir meine schere gegeben ich sehe nicht immer wo ist er gibt mir einfach ein haircut ich schneide den lümmel ab 123 ist doch ist auch total ich komme hinterher dieser figure der stand jetzt so eine halbe stunde vor dieser ich bin schon die ganze zeit zurück zu meinem play von dors floor 2 werden wir die monster in dieser folge alle finden oder werden wir eine shotgun finden wenn ich mein content gefällt könnt ihr mal gerne einen daumen nach oben und abo da lassen würde mich sehr freuen und jetzt viel spaß warum guckst du so dämlich in den schrank rein ist er jetzt drinnen wo ist denn ich weiß nicht warte ich geh mal kurz rein du bist nicht reingegangen ich weiß cool boah alex warum befallst du nicht in der regel den den ok warum so könnt ihr am meisten sehen ach ich schau das war glaube ich nicht die richtige ich habe gesagt die 113 am ende war die richtig jetzt musst du bei wo oder die tür ist offen gewesen ich bin zu mir farsch boah ist aber Junge jetzt glaube ich lebensgegüse boah wo 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 all ham Oh, ich bin drinnen, Leute. Oh, nein. Oh, ne, ne? Scheiße, man, Leute, das war's. Wolpoch stirbt auf jeden Fall. Leute, was war das? Wolpo, wenn du sagst, turn around, dann musst du dich umdrehen. Wolpo, ist das? Ich bin tot. Scheiße. Da bist du aber auf das Fenster gestorben. Ich auch sowieso. Ja, das Spiel macht auf jeden Fall Spaß bis jetzt. Ich kack mich ein. Leute, das war's. Live in der Aufnahme eingeschissen. Live eingestuhlt. Jetzt lass runter. Jawohl. Wir haben's. Leute, mein Headset ist doch gut. Jetzt muss ich nur noch durchlaufen. Oh, ich kack mich ein. Eingestuhlt. Ja, Turils, Turils. Nein. Oh Gott. Thomas. Der Heller. Ist das scheiße. Wo muss ich lang? Digga, warum ist das so lang? Digga, es ist, oh mein Gott, es ist so unglaublich lang. Das ist sehr schrecklich. Digga, what the same? Ach Gott. Bitte lass mich durch. Ja. Ja. Boah. Alter, was ne scheiße, Mann. Digga, was kann, wir brauchen Bulpo. Ich hab zwei Gulps. Du sagst, wir brauchen Bulpo. Oh Leute, hatten wir eine Schere. Nope. Boah. Ja. Ui. Wo ist es denn überhaupt? Ich sehe es nicht. Direkt vor der Tür. Oh Alex, wo bist du? ich würde gerne diese kisten verpatschen so richtigen schon weiter hier ist wieder dings bitte fass mich nicht an so leute wie lebe ich jetzt nicht mehr so da bin ich wieder doch einfach mal lieben weiß und manchmal immer meine sachen mit meine sachen mit diesen hinterher ganz bestimmt mit dem was oder also manchmal bin ich halt auch vermisst von meinen überlebenskünsten wird wo aber so muss halt auch was schlossen ich fack den jetzt richtig ab komm her ich scheine jetzt direkt ins auge hat keine auge ich bin nicht gestorben ich weiß nicht warum aber ich bin gestorben als ich das ding raus geholt habe und dann gelöscht habe ich hole ihn auch gleich raus hinter der ist das die richtigen ja es ist kommt er oder kommt er nicht 127 nicht aus hier ist ja sogar auf ich mache doch alles so mehr oder weniger was ist das muss ich dann muss dieses kart hier gar nicht fahren oder das ist nur ein bait 129 alle tot reicht weiter ja ja sorry mein fehler falsches outro hallo hallo